Hallo und Willkommen zurück zu Hamtaro Rainbow Rescue. Ähm, ja, wir sind hier stehen geblieben mit unserer Hamster-Schar, quasi. Vor allem, was ich auch geil finde, da ist, naja, das sieht aus wie ein Kaninchen im Fernsehen. Oh, 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 was passiert da? Oh. Hamster Horoscopes. The third luckiest one for today's prizes. Don't stay up late tonight, go to bed early so you can enjoy a nice dream. The second luckiest one for today is Capricorn. Don't try too hard, the natural you is by far the best you. The luckiest one for today is Cancer. You may bond into wonderful Ham-Ham. Go outside, look around. Today will not be very good for you. Give me me. No matter what you do, I might not turn out very well. School is your lucky place. Oh nein! H-h-h-h-h. Entschuldigung. So, äh, wir mussten dem Boss folgen. Wir können uns erstmal kurz hier unten sehen. It's a doll of a postie. Postie delivers Mel to all kinds of cool places. It's a picture of a rainbow that Bo is working on. It doesn't quite look finished. It's bust- Ah. It's bust a treasure box. Wow, it's full of junk. Okay, da können wir nicht weiter. It's a blackbird. Echt jetzt? Ist eine Tafel? Oh. Did you find the orange? Boss was looking for it on top of a sweet. Super, super, super. Okay, dann folgen wir. Ja. Oh, wie geil ist das denn? Die können eine... Oh. Clubhouse. Sunny Peak. Ich würde mal sagen, wir gehen zu Sunny Peak, weil wir haben keine andere Möglichkeit. Oh, ein Sonnenblumenkern. You got seven sunflower seeds. Hanna. Eyja. Don't scare me like that. Oh, great. Now the frog has gone away. Well, you're playing with the frogs. Oh, yeah. And I was just around to catch one, too. Frogs come here a lot, so I'm always looking for them. See ya. Bye, Q. Oh, noch mehr so ein Blumenkerne. Rabbit, rabbit. Okay. Oh, da angelt wer. Hanna. Kann ich dir nicht helfen, tut mir leid. Oh, da ist der Typ. Oh, da ist der Typ. Hanna. Ho, ho. I've caught a ton of fish right here. We're looking for Buzz. Have you seen Buzz? We really need to find him. Too bad I've seen Buzz. Buzz, Buzz, and more Buzz. Tons of Buzz. Ho, ho. Not Buzz. We are talking about Ham-Ham named Buzz. Oh, I see. Um, just now a Ham-Ham passed by on his way over here. But it's, that's one you are looking for? Let's go over there. Hold on, we can't cross right here. But Buzz must have jumped over the water to get across. We need to find a log. Okay, entweder wir nehmen uns das. Okay, das können wir nicht nehmen. Hanna. Hanna. Oh, I can't... What? I catch a ton of fish over there? Okay, I'll go right now. Oh, Gott. Ham! Oh, das ist so niedlich. Ich kann damit sogar rammen. Guck mal hier. Let's put it here. Yep. Oh, Gott. Sie tun es schon wieder. Sie tanzen. Yay. Ah, der ist wieder komisch mit seiner Karotte. Hanna. Ah, and guess what? I figured out how to pull the Karotte out of the ground. I teach you. You don't want to hear how to do it, right? Uh, yeah. Okay, you just might be perfect for this sort of thing. It's called task. When you get close to a Karotte, a sun appears above your head. Press A when you see the sun and... ...lean way back and press A. Instructions will appear. Then the task will begin. Will the Karotte you... ...pull hard when you're learning... ...all way back. Press A. Oh, Gott. If you time it right, it will go pop and come right out of the ground. Do you understand or should I over again? Yes, it's okay. When Ham-Ham can do the task, a sun will appear above his head. Hunter was best for his Karotte, but all Ham-Ham can. Do different things. Look for the sun and try out. We found sticker number 200. Great, now I'm able to climb all the way to the top. I wasn't able to climb it before because of the Karotte. I'm glad it's gone. Okay. Wie auch überall Sonnenblumenkerne rumliegen. Find super. Oh, ich liebe dieses Spiel einfach. Es ist so süß. Okay, was haben wir hier für einen Haufen? Der war freundlich. Oh, nein. Ich wollte es gar nicht anlabern. Okay, hier ist Boss also nicht. Hier oben? Nein. Oh, wie süß sind die denn? Hammer! 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 Nothing bets food after working in the mountains. Today, lunches orange-flavored sunflower seeds. Mom always makes the most delicious lunches. What? Did you say? Orange? Yep. Mom seeds are flavored with orange from this peak. Boss was right. Wait, the sun didn't turn into an orange on a sunny peak. Sun? The sun turning into an orange. Haha, you say some silly things. Hahaha. Are you guys looking for an orange? I'm sure an orange tree is on the other side of the river. Oh, 15. Nice. Ah. Ah. Now should we do. We can get to the other side. But that also means Boss had not made it over the other side either. Let's go take a look again. Let's go, boys. Giddy, giddy up! Echt jetzt? Wow, let's see if we can do that thingy too. Okay. Echt jetzt? Oh, ne? Ihnen fehlt ein Hamster. Oh, without Boss, we can reach it. Nein, nein, ich wollte doch gar nicht. Aber genau, der ist bestimmt in dem Haus drin, ne? Weil jetzt sind die anderen nämlich weg. Ja, okay. Oh, ich wollte gerade sagen, nicht nochmal. Oh, Wakan, but I'm still getting things ready. Oh, Mann. Hm, no orange here. Ah, da ist er ja. Ah, I hear Boss' voice. It sounds like he's nabbing in the tree. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich denke, ich ne... Hä, wie komme ich denn da hin? Aber hier im Zweifel nochmal wie hier versuchen. Okay, das heißt, wir müssen irgendwas erledigen, dass wir in das Haus rein können. Okay, das ist ja nichts Neues. Och, Mann. Ich hab jetzt keine Lust festzusitzen. Und da kam er ja. Da oben geht's ja nicht weiter lang, ne? Ah! Great, now I'm able to climb on all the top. Achso. Okay. Hä? Was muss ich denn jetzt weitermachen? Okay. 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 Ich hab echt keine Ahnung gerade. Ich geh mal mal jetzt zurück zum Clubhaus. Ah, jetzt fischt er hier auf. Now that I'm here, I can catch tons of fish. This might turn out a great for me and my mom. Thanks for telling me about it. Flur, it's not very much. Here's some fishing line. Well, if you don't have a fishing pole, you can't fish. If you only had a stick pole, you'd to take this place. Okay. Aber was brauchen wir? Was machen wir jetzt hier mit? Okay. Hm. Wollen wir hier irgendwie Infantar öffnen? Ach, wir haben eine Karotte jetzt. Fishing a clear line used with a fishing pole. Der labert auch was mit den Faschen wieder. Ja, genau. Wir sehen, ob der Opa vielleicht was für uns hat. Hanna. Oho. Oho. I caught a ton of fish here, right? I can really catch a ton of fish here. Ah, ja, man. Jetzt können wir mit dem Trash was anfangen. Hey. Komm schon. Irgendwas müssen wir doch damit machen können. Immer noch nicht. Hä? Das gibt's doch nicht. Hä? Was soll ich vorhin gerade sagen? Ah. Hm. Coloring? Echt jetzt? Oh, wie geil ist das denn? Wie nice. Können wir hier ausmalen? Wobei, die Ohren mache ich rosa. Es ist auch unglaublich, wie schnell diese Stifte einfach mal sind. Ja. Hier noch. Für Hände und Füße. Das ist echt super süß gemacht hier. So. Ach, die Nase ist schon rosa sogar. Ah, die Ohrenak rum. Oh, die Ohrenak rum. So. Oh, äh, heller was. Ach, komm schon. So. End. Ja. Okay. Wir haben ja kein, was ist das Problem? Wir haben kein Fishing Pole. Wir haben nur mal 200, ne? Oh, oh. Das kann sich nur um Jahre handeln. Ah. Wunder, wunderschön. Display. Okay. Das haben wir gerade gemacht. Ach, Mann. Schön, dass ich jetzt mit Spiegel durchlaufe, aber... Hä? Ah, ich wollte gerade sagen. Guck mal, nehm ich im Clubhaus nochmal nach irgendwas Nützlichen. Ach, guck mal. Oh, wie geil. Hi, guys. Ah, guck mal, hier geht's auch noch. Ah, ne, hier, ja. Hier ging's ja raus. Ah, und die Sonnenblumenkerne sind auf einmal wieder da. Alles klar, so kann man sich auch leicht Sonnenblumen... äh, Sonnenblumenkerne verdienen. No, that I'm here. Fresh at once, bla bla bla. Hey, is what telling me... Oh, gib mir einen Stock. Hammer. Ah, okay. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ah, guck mal. Ah. Ah. Stell einfach mal, den Trash durchzugucken, da ist bestimmt ein Stock drin. Yay. Die ist immer noch nicht fertig, ne? Oh, ey, wie ich... Hä, jetzt komm ich hier gar nicht mehr hoch, oder was? Bin ich blöd, oder komm ich da jetzt gar nicht mehr hoch? Ach, hier, ja, ja, ist okay. Ah, komm schon. Ich hab so keine Ahnung, was ich machen soll. Okay. Außer Sonnenblumenkerne sammeln, natürlich. Na ja, irgendwo hier muss ja dann ein Stock rumliegen, oder nicht? Ist doch nichts irgendwie so ein Aktivitäten-Symbol oder so gar nichts. Da geht's doch noch wieder zum Hügel. Na ja, ja, okay, okay. Gut, dann würde ich mal sagen, an der Stelle machen wir mal unsere Aufnahmepause. Und dann werde ich mal in der nächsten Aufnahme schauen, wie ich denn, ja, an einen Stock komme, mit dem wir irgendwas angeln müssen, wahrscheinlich. Na ja, auf jeden Fall, bis morgen, würde ich sagen. Tschüldülü! 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 Tschüldü! Tschüldülü! Tschüldülü!